Ein Volkswagen Touran steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen silbernen fünftürigen Windplatz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 160.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Wagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Finsufix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter, Dachrailing und noch vieles mehr. Das Automatikgetrieben des Diesel überträgt eine Leistung von 177 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017